Ich würde euch heute den Heiser Reesmanager vorstellen, da bin ich schon im Stall, ich habe viele Pferde, Trauben allerdings, es gibt auch Galopper und Hindernisrennen und mir ist am liebsten Trauben. Und jetzt schauen wir mal, das ist topfit, das ist nichts, das ist topfit, dann nehmen wir es erst gleich, schauen wir mal, das wäre mal kurz, gut, dann schauen wir mal da rein und finden, wie das führt, nehmen wir gleich das da, das ist 1600, das passt eh, ein Fahrrad dazu, und geht schon los, da können wir noch wetten, wenn wir wetten, meine Stadtnummer da, weiß ich nicht, ich bin da 10, 12, oder 8, 9, 1000 Seiten, also 1000 Seiten, ich bin eigentlich Favorit, jetzt war der Rät, das ist einmal da Windschatteneinstellung, das heißt, da braucht das Pferd am wenigsten Kraft, wenn es im Windschatten läuft, deswegen ist es wichtig, dass man den Button da, den blauen, aktiviert, und man kann bei dem Spiel jetzt quasi da, hat man sehr viele Möglichkeiten, man kann sich drehen, man kann überall hinschauen, egal wohin, man kann wegzahmen, man kann ganz drüber zahmen, also man hat da sehr viele Möglichkeiten, wie es dann halt individuell am besten passt, das ist die Peitschentor, das ist eben dann für den Endspurt, ich bin da ein bisschen reingesperrt, jetzt hoffe ich komme da nachher nachher raus, wenn es war, sollte es sein, dass ich eine Chance habe, das ist wie gesagt der Windschatten, das ist die Technik, und das ist für die Peitschen, eben die Stärke, und der da der Brücken muss aufpassen, wenn der rot ist, wenn der da oben ausschlägt der Rode, dann ist das Pferd das qualifiziert wegen Galopp, da muss man aufpassen auf das, also man kann nicht einfach unbegrenzt das Pferd herdrechnen, dass er sich zu fliegt, auf Deutsch gesagt, wie ein Flieger, so geht es nicht, man muss schon ein bisschen aufpassen, ok, dann schauen wir mal, ob es irgendwie was ergibt, wenn man nicht eingesperrt bleibt, das ist sehr gute Kraft, ist da ganz gut, das Pferd ist viel im Soft noch, op, jetzt habe ich ein bisschen zu die Peitschen gegeben, aber macht nichts, das geht schon, da muss man nur aufpassen, weil das ist eben, wie gesagt, schau mal, schau mal, ich bin da ziemlich gut, also, Peitschen schieb der für dir jetzt kaum mehr geben, weil sonst wäre es dies, weil das Ding ist, dass du so weiter oben, siehst, also, das wird einmal sicherer sich für mich, ok, gut, das war einmal das Drabrennen, das, was mir eigentlich am liebsten ist, schauen wir noch die Listen an, es war knapp, trotz allem bei, es hätte anders kommen können, dass es vielleicht eingesperrt wird, als ich es nicht gesehen habe, bin ich erst da geworden, ok, gut, schau mal weiter, dann sind wir wieder in Stahl, alles gerne, dann sprechen wir mal und das war's dann, gut.